Ich heiße euch herzlich willkommen heute am 18. April 2024. Wie uns schwer zu erkennen, die Sylter Welle wird heute 30 Jahre. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite, Sylt exklusiv. Und heute, was ist für euch drin? Für 10 Euro als Erwachsene, für 5 Kinder bis Jugendliche bis 17 Jahre, könnt heute die Sylter Welle inklusive Sauna und alles, was es so gibt, den ganzen Tag testen, beziehungsweise 4 Stunden, wenn ihr ein Ticket löst. Und probiert es einfach mal aus, gibt tolle Aktionen den ganzen Tag, Musik ist auch dabei. Schaut es euch an und herzlichen Glückwunsch nochmal von uns für 30 Jahre Sylter Welle. Bis dahin eine gute Zeit, wir hören uns morgen wieder. Tschüss!